Musik Mehr erleben. Wintertraum in der Europasportregion Zellamsee-Karpun. Vom Schnee sprechen wir nicht, den garantieren wir. Absolute Schneesicherheit garantiert diese vielseitige Wintersportregion im Salzburger Land schon durch das ganzjahres Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn mit über 3000 Metern. Kaprun und Zellamsee haben jedoch wesentlich mehr zu bieten. Ob Anfänger, gemütliche Skifahrerfamilie oder souveräner Profi, die Skigebiete werden allen Ansprüchen gerecht. Snowboarder finden neben interessanten Pisten eine Halfpipe auf der Schmittenhöhe und einen Funpark auf dem Kitzsteinhorn. Sind die Hausberge Maiskogel, Lechnerberg und Schmitzenhöhe die verschneit? Frau Holle kann auch geholfen werden. Ist in der Europasportregion mit über 150 bestens präparierten Pistenkilometern und 60 Seilbahn- und Liftanlagen grenzenloser Skispaß angesagt. In zahlreichen Hütten und Bergrestaurants wird bestens für das leibliche Wohl und gute Stimmung gesorgt. Eine Besonderheit auf der Schmittenhöhe, die Galerie auf der Piste. Hier haben in den vergangenen sieben Jahren namhafte Künstler aus aller Welt insgesamt 27 Kunstwerke, vorwiegend aus Holz, geschaffen. Diese können im gesamten Skigebiet der Schmittenhöhe bewundert werden. Zum Beispiel bei einer verträumten Winterwanderung auf dem Höhenwanderweg in 2000 Metern Höhe. Aber auch abseits der Pisten wird der Winterurlaub zum wahren Wintermärchen. Denn am See Kaprun in der Europasportregion bietet für jeden Geschmack etwas. Mehr erleben Wintertraum in der Europasportregion Zellamsee Kaprun. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020